Attention, ein Tannenbäumchen! Moin moin und herzlich willkommen zum Infovideo im September 2022. Ja, es ist schon wieder Herbst, es ist kaum zu glauben. Ja, neigt sich schon wieder dem Ende entgegen. Wir haben schon wieder das neunte Infovideo des Jahres. Es ist krass. Ich habe diesmal auch gar nicht so wahnsinnig viel zu erzählen, aber auch gar nicht so viel Zeit, deswegen passt das ganz gut. Zum einen möchte ich euch bekannt geben, dass wir natürlich diesen Monat noch einen Livestream zusammen veranstalten wollen. Und tatsächlich ist mein Zeitplan in diesen Monaten ziemlich eng bestückt. Jetzt, das kommende Wochenende, kriege ich Besuch vom Dave. Mal gucken, ob wir da vielleicht ein kleines Video zusammenbasteln, das weiß ich noch nicht. Aber jedenfalls ist er dann da und da werden wir einige Sachen unternehmen. Ja, letztes Wochenende war die Steffi da und in zwei Wochen habe ich dann auch schon wieder tatsächlich Klassentreffen und dann bin ich noch beim Fußballspiel. Also tatsächlich sind die Wochenenden ziemlich, ja, vollgeproppt. Aber ich habe mir jetzt noch einmal Zeit genommen und zwar kommende Woche Freitag. Das ist der, ich habe es mir gerade aufgeschrieben, der 16.9., genau. Da wollen wir dann streamen und, ja, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Das heißt, wir spielen Donkey Kong Country 2 für SNES. Das haben wir beim letzten Streaming auch angefangen, nachdem wir den ersten Teil zu 101% absolviert haben. Jetzt jagen wir halt die 102% bei Donkey Kong Country 2. Und, ja, dann geht es natürlich weiter mit Resident Evil 2. Da sind wir mittlerweile mit Claire unterwegs und da geht es jetzt auch schon Richtung Finale. Das heißt, wir können dann, ja, mal gucken, wie gut wir durchkommen. Wir können höchstwahrscheinlich dann in dem kommenden Stream schon das B-Szenario mit Leon dann machen. Das heißt, das dritte von vier Szenarien. Gucken wir einfach mal, wie wir weiter vorankommen. Und, ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wird mit Sicherheit sehr lustig. Ich hoffe, ihr habt alle Zeit und schaltet gerne ein. Ja, das zu dem Thema. Und dann noch ein kleines Update zu den Let's Plays allgemein. Ich habe gute Nachrichten für euch. Baphomets Fluch geht zu Ende. Nein, das war jetzt ein Witz. Nein, die gute Nachricht ist natürlich, dass Heavy Rain weitergehen kann. Also, ja, ich werde mich auf jeden Fall in dem nächsten Part, der dann kommen wird, noch mal zu dem ganzen Thema äußern, was jetzt alles passiert ist. Kurz noch mal gesagt, Baphomets Fluch wird genau bis Sonntag noch gehen. Es sind 20 Parts geworden. Die Aufnahme ist also schon komplett im Kasten. Und ab Montag geht es dann halt weiter mit Heavy Rain. Part 11 ist das dann. Und der erste Part wird vielleicht noch ein bisschen zäh, weil ich da am Anfang ja schon noch einiges erklären möchte. Ja, wie es einfach dazu gekommen ist, zu dieser längeren Pause, weil es gibt ja sicherlich auch Leute, die das Let's Play dann vielleicht, weiß ich nicht, ein Jahr später oder zwei Jahre später gucken und sich dann wundern, warum ich da jetzt irgendwie total aus der Rolle bin, so ungefähr. Obwohl das ja nur der nächste Part ist. Deswegen werde ich halt im elften Part noch mal erklären, wie es zu dieser Pause kam, zu den technischen Problemen. Und es ist jetzt tatsächlich so, dass ich halt eine neue Playstation habe. Und ich hatte halt Schwierigkeiten, den Speicherstand zu importieren, in die neue, alte Playstation 3. Kopierschutz und kein Playstation Plus Account und diverse andere Probleme. Ich werde dazu noch mal was sagen. Jedenfalls, ich mache es jetzt mal kurz, ich musste halt noch mal dorthin spielen. Und ich habe mich wirklich bemüht, alles an Entscheidungen so zu treffen, wie wir das vorher gemacht haben. Das ging natürlich nicht zu 100% in jedem kleinen Detail. Also ein paar Kleinigkeiten sind anders geworden. Auf die gehe ich dann in dem ersten Part, also dem elften Part so gesehen dann ein. Ich kann schon mal sagen, es sind mehrere Kleinigkeiten, die wahrscheinlich die Geschichte nicht beeinflussen. Ich habe mir ja schon so ein paar Stichpunkte gemacht. Ja, Kuli ist weg. Aber eine Sache, die hatte etwas größere Auswirkungen. Also, ich habe eine Sache gemacht, die wollte ich eigentlich gar nicht machen. Die ist aber passiert, aus Versehen, weil ich halt wieder... Ja, manchmal ist es bei dem Spiel so, man kann die Knöpfe nicht so wirklich unterscheiden oder nicht so genau sehen, welcher Knopf bedeutet was. Und da habe ich mich dann einmal... Ja, verdrückt ist das falsche Wort. Ich habe gedacht, der Knopf bedeutet was anderes. Werde ich dann noch mal erzählen. Jedenfalls ist zwar was Krasses passiert, hat aber wahrscheinlich trotzdem keine Auswirkungen auf den... auf das Ende, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe mich damit mit Steffi auch ein bisschen kurz geschlossen. Sie meinte auch, wahrscheinlich ist das jetzt eine Entscheidung, die jetzt nichts... Ja, auf das Ende... Keine Auswirkungen auf das Ende hat. Schauen wir dann einfach mal. Ihr könnt mir das ja gerne schreiben. Wie gesagt, ich lasse mich dann... lasse mich dann im elften Part noch mal genauer dazu aus, was alles anders gelaufen ist. Ein paar Dinge habe ich sogar noch entdeckt, die wir vorher vielleicht nicht entdeckt haben. Aber im Großen und Ganzen habe ich alles so gemacht, wie wir das, ja, gemacht haben. Und, ja, ich bin jetzt schon fast wieder genau an der Stelle, wo wir aufgehört haben. Ein bisschen muss ich noch hinspielen, vielleicht ein halbes Stündchen, höchstens, denke ich mal. Und dann können wir da weitermachen. So, das soll es eigentlich mit diesem Video gewesen sein. Also, wie gesagt, bis Sonntag geht es noch mit Bafonwitzfluch 3 weiter und ab Montag die neuen Heavy Rain folgen. Dann ist die Pause von Heavy Rain vorbei und wir können dann endlich weiter aufnehmen. So, dann noch mal an dieser Stelle die Erinnerung nächsten Freitag... Nee, kommenden Freitag, ich habe dazugelernt, kommenden Freitag, der 16.9. Wir starten um 16.30 Uhr, wie immer. Und wir spielen Donkey Kong Country 2 und Resident Evil 2. Das kann man sich doch gut merken. Und ich hoffe, ihr habt alle Zeit und seid gerne dabei. Würde mich sehr, sehr freuen. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch ein schönes Wochenende. Ich bin wahrscheinlich jetzt zu diesem Zeitpunkt, wenn ihr das hier seht, mit dem Dave schön am rumschnacken und gucken, was wir so machen. Und, ja, in diesem Sinne, haut rein. Euer Alex sagt Ciao. Bis zum nächsten Mal.